Hallo, ich bin Melanie von Melesti Kreativ und heute möchte ich mit euch so eine Ton-in-Ton-Karte basteln. Das war in diesem Monat in dem Team, in dem ich bin, das Thema der Team-Challenge und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach auch noch ein Video dazu. Diese Art der Karten ist ganz einfach und man braucht auch wirklich gar nicht viel. Ich habe hier mit Magenta-Rot und ausschließlich mit Magenta-Rot der In-Color-Farbe 2020 bis 2022 gebastelt und die Version, die wir heute zusammen machen, mache ich auch in einer In-Color-Farbe 2020 bis 2022, nämlich in Aventurin. Und dazu brauchen wir natürlich Farbkarton in Aventurin. Der hier hat die Maße 10,5 x 29,7 cm, also die Hälfte eines DIN A4 Bogens, gefalzt bei 14,85 cm. Die Materialliste und die genauen Maße setze ich euch unten in die Infobox. Da werde ich auch die entsprechenden Inchmaße einfügen. Also das ist erstmal hier unser Farbkarton für die Grundkarte. Dann benötigen wir nochmal ein Stück Farbkarton in Aventurin in den Maßen 10,0 cm x 14,35 cm. Dann ein Stück Aventurin in 9,5 cm x 13,85 cm. Ein weiteres Stück in Aventurin, da reicht ein Reststück, das ist hier einfach nur für den Text. Da könnt ihr gucken, was ihr noch so übrig habt. Außerdem benötigen wir das Stempelkissen in Aventurin, natürlich Flüssigkleber. Ich nehme hier den Stempelblock, das ist der Stempelblock Größe E. Dann habe ich Dimensionals, Flüssigkleber habe ich auch noch da. Dann nutze ich heute auch wieder das Set Pfingstrosenbracht, nämlich diese große Pfingstrose und die Stanzformen Etiketten mit Stiel. Ich werde im Gegensatz zu der magentafarbenen Karte diesmal den Text nehmen. Da hatte ich ja, deine Freundschaft tut einfach gut. Jetzt werde ich mit dem ganzen Herzen bei dir nehmen zum Stempeln. Das sind die Stanzformen. Da nehme ich dann vermutlich dieses Etikett hier. Genau. Und dann noch die Lackakzente in den Incolor Farben 2020 bis 2022 und hier dann natürlich auch die Innenaventurin. Dann, um die Lackakzente rüber zu bringen, entweder eine Pinzette oder den Aufhebhelfer. Flüssigkleber hatte ich glaube schon erwähnt und außerdem brauchen wir noch ein Stückchen Schwamm. So, wir falzen das Stück Farbkarton in Aventurin, wie gesagt bei 14,85 cm und können den Farbkarton dann auf die Seite legen. Als nächstes nehmen wir uns ein Stück Schmierpapier und das größere Stück Aventurin. Wir nehmen uns das Stempelkissen und machen uns jetzt einfach den Rand hier farbig. Ihr könnt da praktisch jede Farbe nehmen, wenn ihr Ton in Ton arbeitet, wo es natürlich nicht funktioniert, aber es sind ja auch keine wirklich Farben, sind weiß und schwarz, aber ansonsten dürfte es bei jeder Farbe funktionieren. Da färbt ihr euch jetzt hier einfach den kompletten Rand, einfach, dass es ein bisschen abgesetzt ist. Also das dauert jetzt natürlich Aber gleich haben wir es geschafft. Da könnt ihr natürlich auch unsere neuen Pinsel nehmen. Ich wollte es jetzt aber ziemlich kräftig haben und relativ schnell durch sein, deshalb habe ich jetzt so ein Stück Schwamm genommen. So, das kann man jetzt erst mal ein Stück auf die Seite legen und nehmen uns jetzt das andere Stück Aventurin noch her und jetzt kommt unsere Pfingstrose zum Einsatz. Und die nehme ich jetzt einfach auch in Aventurin. So, und weil die so ein bisschen von der Seite her hier rein wachsen soll, gehe ich da ein bisschen drüber. Und stempel jetzt einfach die Pfingstrose ab und das gibt einen ganz guten Kontrast, obwohl es in der gleichen Farbe gestempelt ist, wie der Farbkarton ist. Dann nehmen wir den Streifen in Aventurin. Genau, heute haben wir ja nur Aventurin. Und suchen uns den Stempel. Da will ich jetzt hier gar nicht raus. Mit ganzem Herzen bei dir. Und stempeln den jetzt hier einmal ab. Wir sind jetzt zwar ein bisschen krumm, aber das machen wir jetzt einfach mit der Stanze und gucken, dass wir da dann entsprechend gerade kommen. Stanzen mache ich jetzt nicht mit euch. Ich lasse das Video einfach vorspringen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Hier haben wir den Vorteil, den wir bei der anderen Karte nicht hatten, dass wir hier dieses gestitchte haben. Das heißt, wenn wir das hier so auflegen, fällt es schon auf, dass das ein extra Element ist. Bei der Karte ist das ja nur so leicht geprägt. Deshalb habe ich das einfach so ins Stempelkissen ganz leicht reingestippt sozusagen und den Rand damit geingt. Das würde ich jetzt bei der Karte einfach weglassen, weil eben der Rand gestitcht ist, sonst sieht man das gar nicht mehr. Und dann können wir uns die Teile schon zusammenbauen. Dann nehme ich hier den Flüssigkleber. Und ich habe hier auch ganz bewusst nicht in 3D gearbeitet, sondern einfach direkt aufgeklebt. Und dann nehme ich die Flüssigkleber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und durch das Geinkte, ihr seht, habt ihr hier praktisch einen Rahmen, der aussieht, als wäre das in einem ganz anderen Farbkarton. Dabei haben wir den gleichen Farbkarton und einfach nur mit dem Stempelkissen das eingefärbt. Und jetzt suche ich meine Dimensionals, die habe ich hier hingelegt. Das werde ich jetzt auch wieder so in die Mitte setzen und mache mir hier jetzt einfach vier Dimensionals drauf. Und setze es mir so auf. Und zum Abschluss noch die Lackakzente. Da könnt ihr einfach gucken, wie ihr die verteilen möchtet. Ich nehme mir meistens drei Stück. Und setze die mir hier so auf, wie ich es denke. Okay. Und schon habt ihr eine weitere Karte, Ton in Ton fertig. Ich finde gerade, wenn man noch am Anfang steht und noch nicht ganz so viel Material hat, ist es eigentlich eine ganz tolle Art, eine Karte zu machen. Weil man eben auch nur eine Farbe braucht und eben eine Sorte an Farbkarton. Und ich finde die also, die sind wirklich schön. Kann man sich sehen lassen. So, das waren meine beiden Versionen einer Karte Ton in Ton. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Und mir, wenn ihr noch nicht habt, ein Abo dalasst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt kreativ, bleibt gesund. Alles Liebe, eure Melanie von Melesti Kreativ. Tschüss. Tschüss. Tschüss.